Hey, nee, da sind wir endlich, hier in der Hocheifel, nach 15 Stunden mit der Deutschen Bahn. Also Mord, du mal mit deinen beklopsten Ideen. Seit auf Kabel 2 die Karl-Mai-Wald-Filme laufen, hast du dich nicht mehr im Griff. Erstens heißt der Mann Karl-Mai und nit-Mai-Wald. Und außerdem ist der Mai-Wald doch der Typ von der Sendung mit der Maus-Lenny. Und der heißt absolutens nicht Karl, sondern Armin. Ich merk schon, ey, du hast echt zu viel Zeit und schaust viel zu viel öffentlich-dämliches Fernsehen. Und zum anderen keine Angst. Ich hab alles unter Kontrolle. Heute werden wir reich. Hättest du Karo mitgenommen, hättest du den Aufwand sparen können. Und reich sind wir eh. Zwar nur eine Erfahrung, aber ich schau in die Jägermeisterflasche und weiß dann auch, wann die leer ist. Heute heben wir den Schatz im Silbersee. Was soll denn das sein? Silberfische? Ja, genau, Silberfische. Und ich glaube auch, ich weiß, was du vorhast. Du willst sie fangen und zu Geld machen. Irgendwann bei den aktuellen Gold- und Silberpreisen, das lohnt sich. Mensch Lenny, ich wusste immer, dass du nicht ganz rund läufst. Silberfische sind doch die kleinen Tierchen, die im Keller rumkrabbeln. Oder manchmal auf dem WC. Okay, und die können gar nicht schwimmen. Ich hab das getestet. Und jetzt spür mich nicht. Ich muss mich absoluten viel total konzentrieren. Sei vorsichtig, Mohat. Nicht so feste, sonst landest du auch noch in der Dose. Hab nur Wolle-Socken verstanden. Junge, rede nicht um heißen Brei. Was willst du denn mir mitteilen? Okay, ich versuch's dir zu erklären. Also pass auf. Wenn ich Tomatenpaste im Aldi kaufe, steht da immer doppelt konzentriert. Ja, aber was haben Tomaten mit meiner Konzentration zu tun? Das will ich dir sagen. Hast du mal gesehen, wie die Tomaten aussehen? Total zermatzt. Meinst du, ich will, dass mein bester Freund irgendwann so endet? Denn ich hab da mal was in der BZ gelesen. Da stand Professor Platz der Kragen. Und wenn dir der Kopf oder der Kragen platzt, nur weil du doppelt oder dreifach konzentriert bist, das will ich nicht. Du bist mein bester Freund. Mann, Lenny, wie erklär ich mir das jetzt? Ach, vergiss es, ey. So, ich schau hier nochmal auf meinen Plan. Den hab ich von Ingo bekommen. Eigentlich müssten wir ja bald da sein. Lenny, schau, da vorne, ne Hütte. Der Ölprinz. Imbiss und Pizzeria. Ey, das klingt absolut ins nach Karl May. Mann, dann ist der Silbersee aber auch nicht mehr weit. Mann, Mama, schau dich mal um. Und schau, da hinten, neben der Hütte, der Schutt. Der Schutt? Also kennst du Karl May ja doch. Und die Bücher wahrscheinlich auch. Mensch, Lenny, du bist mir einer. Und ich, ich lass mich hier von dir verarschen. Mann, beinah wär ich drauf reingefallen. Aber mal was anderes, Lenny. Ey, das ist nicht der Schutt, ey. Das ist nur irgend so ein Penner, der gerade da vor der Tür sein Bierchen genießt. Wie, was? Verarschen? Warum das denn? Ich wollte dir nur durch die Blume sagen, dass ich hier garantiert nichts essen werde. Allein wegen dem Berg Schutt und Müll, der dahinter der Frittenschmiede rumliegt. Wie sieht denn dann wohl der Laden von innen aus? Aua, Lenny, ey, das tut doch schon weh. Mann, nichtsdestotrotz, wir müssen den See finden. Ey, ich frag den Typen jetzt einfach mal. Renaud, ja, Mort, ich weiß, spart ihr deine Worte, den brauchen die Franzosen. Aber ich hole uns in der Zeit ein paar Galonen Bier als Reiseproband. Und bis gleich. Entschuldigen Sie, du, Sie, du, du. Ähm, ich such den legendären Silbersee. Ach so, und dann noch 30 Meter die linke Gabelung. Und dann laufe ich drauf zu. Naja, das klingt doch irgendwie einfach. Ey, vielen Dank, hätte ich jetzt noch einen Hunderter. Den würde ich hier glatt noch innen ausgeben. Aber du, ich hab das Gefühl, wir kennen uns irgendwie. Echt nicht? Sie haben nicht zufällig irgendwie Verwandte in Berlin? Ist nicht wahr. Das ist ein guter Freund von uns. So, Mort, da bin ich wieder. Ja, und in meinem Rucksack, schau her, zehn Galonen Bier. Ey, Lenny, du wirst es nicht glauben, was mir passiert ist. Ich bin nicht gleichgläubig. Aber erzähl, was war denn jetzt los? Hey, hier, der Typ neben mir, das ist Sicky. Und weißt du mit wem der verwandt ist? Lass mich raten. Hm, bei der roten Gesichtsfarbe, hm, denk ich mal, das ist ein Indianer. Das ist bestimmt ein Nachfahre von Winitou. Nee, Lenny, falsch. Absolutens falsch. Das ist ein Cousin von Werner. Na, macht's Klick? Werner, Werner Winter. Ba, 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 ba. Seine Mutter war die Schwester von Werners Stiefenmutter. Oh Gott, Werner. Nee, noch ein Winter. Oh Gott, das kann ja was werden. Nee, keine Sorge, da ist Sommer, Siegfried. Sommer, wie dein Vater auch schon. Hoffentlich haben die nicht noch mehr Bekloppte verwandt, zum Beispiel Herbst und Frühling. Dann ist das ganze Jahr für den Arsch. Ba, 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 ba. Wie, was? Die sind auch mit euch verwandt. Sodom und Correra. Aber Mord, mach was anderes. Weißt du denn mittlerweile, wo der See ist? Ja, Sigi meinte, noch ca. 30 Meter, dann an der Gabelung links laufen wir gerade draufwegs zu. Ba, 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 ba. Wie, warum? Wegen dem starken Umweltbelastung? Aber ey, keine Sorge, Sigi. Baden wollen wir hier absolut nichts, sondern wir wollen was suchen. Genau, Sigi. Der Mord will den legendären Silberfisch im Silbersee fangen. Ist doch so, Mord, oder? Ich will nen Schatz im Silbersee heben. Ba, 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 ba. Echt, Sigi? Den gab's nie. Ist nur eine Legende. Ach, Meno, ey, nun habt ihr mir aber ja meine ganzen Träume vom großen Geld zunichtigen gemacht. Mord, mach dir nix draus. Geld allein macht auch nicht glücklich. Aber ich hab ne viel bessere Idee. Ach, dat musste aber schon ne gute Idee sein, um meinen Frust loszuwerden. Ist es, Mord, ist es. Hey, weißt du, was wir jetzt machen? Wir bleiben hier beim Ölprenz und heben ein. Denk da mal dran, ich hab da noch die zehn Flaschen Benito-Pilsen in meinem Rucksack. Ey, dat klingt gut, da bin ich dabei. So haben wir wenigstens noch ein bisschen, so ein ganz kleines bisschen Karl-Mai-Flair. Sigi, willst du ein Bier? Ja, ba, 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 ba. Ganz genau.